Ach, ist sie süß, ey. Zieh dir mal das T-Shirt ein bisschen runter, damit man die Schrift sieht. Gut, wunderbar, perfekt. Ja, genau. Du kannst ruhig so ein bisschen... Brauchst du dich nicht zu schämen? Nee, ich. Gut. Guck ins Licht. Guck ins Licht. Kommt nach hinten ein bisschen mehr. Jawohl, sehr schön. Jetzt lächle mich mal an. Gut, sehr schön. Sehr schön. Wunderbar. Okay. Ja. Das ist wie die Kaka-Luda-Seine. Was denn? Ich sagte, du sagst ja, du kriegst einen Muskelkater am nächsten Tag. Was ist das? Eine Bitchy-Seite. Eine Bitchy-Seite. Und jetzt? Dreh dich ein bisschen zur Lampe. Genau. Kopf nach hinten. Und jetzt mal dieses schöne Strahlen. Ja, genau. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Geh richtig mit den Schultern. Beide Schultern parallel zum Licht. So. Jetzt den Kopf nach hinten. Genau. Und jetzt mach dich mal locker. Ach, ich jetzt kenne es doch mal. Nein, nein. Nein, nur dass du die Schultern... Du kannst ruhig den Kopf zu mir drehen, aber nach oben bleiben. Genau. Jawohl. Das war immer diese schiefen Galle. I'm a poppy girl in the poppy world